Verena Kehrt äußert sich zu Marc Terenczys Klinikaufenthalt. Der Sänger lässt sich nämlich nach einem Zusammenbruch in eine Klinik einweisen. Eine enge Freundin von Marc erklärt in einem Interview, dass unter anderem die Beziehung zu Ex-Freundin Verena ihm stark zusetzt. Nun meldet sich Verena selbst und findet persönliche Worte. Ich bin sehr froh, dass Marc sich endlich Hilfe sucht. Ich wünsche ihm alles Gute für den schweren Weg, der nun vor ihm liegt. Aktuell liegt der 46-Jährige in einer Einrichtung in Berlin und unterzieht sich einer Traumatherapie. Ex-Freundin Verena begrüßt diesen Schritt. Er hat es mir immer wieder versprochen, aber leider nie durchgezogen. Dass er nun die Unterstützung bekommt, die er unbedingt braucht, ist eine große Erleichterung. Doch nicht nur von Verena bekommt Marc Rückenwind. Auch seine Ex-Frau Sarah Connor besucht den Musiker angeblich mit ihrem neuen Mann Florian Fischer und den gemeinsamen Kindern Tyler und Summer. Bei dieser umfangreichen Unterstützung kommt Marc sicher bald wieder auf die Füße.